Was ist das, was wir machen? Das ist das, was wir machen. In der Skulptur, wir machen es einfach. Also nahm er ein Stück Ton, machte daraus eine Kugel und hat dann jeweils mit einem Löffel, hat er Höhle rausgelüffelt und was er rausgelüffelt hat, hat er gesammelt und es gab dann gleich große Häufchen. Und da, wo es dann zu diesen Öffnungen kam, das hat er dann schlicht ignoriert und hat einfach weitergelüffelt sozusagen, weil er meint als Künstler, wir können einfach weitermachen. Als er anfing, dann waren es erstmal alle krummen, aber als er weiter und weiter löffelte, da hat er entdeckt, es wurden geraden. Und was er entdeckte ist, dass die Formen, die entstanden, dass die teilweise 1, 2, 3, 4 Flächen hatten, aber auch welche nur 1, 2, 3. Also hat er dann eine Vergrößerung gemacht, der war auch viel besser, aber dieses hier war sein erster Versuch. Also in dieser Vergrößerung hat er dann Gipsabgüsse gemacht, in jede Höhle hat er sozusagen Gips reingelassen, und das trocknen lassen, dann rausgenommen und hat die zusammengefügt und dann kam folgendes raus. Und das ist was rauskam. So, ich war sehr froh damit und hat dann entschieden, dass er dieses Objekt studieren wollte. So, es hat 7 Punkte, 7 Flächen, es hat die 4 und die 3 und die 3. Und wenn Sie da nach oben gehen, dann haben Sie 6. So, wenn man 3 mal 4 macht, kriegt man 12. Und es hat 12 Kanten. Und wenn ich die Polygonen rausnehme und dann die Seiten zusammenzähle, dann hätte ich 24. So, ich drew es up geometrisch. Also habe ich es geometrisch aufgezeichnet. Und das ist wo ich finde, es kommt von 5 Pentagrams. So, this is all drawn with just a compass and a straight edge. There is nothing measured. Es wurde alles nur gezeichnet mit einem Zirkel und einem Linear. Es ist made from two circles. One here. And one right here. Einer draußen und der kleiner. If this is 1. Wenn das 1 ist. This is 6, 1, 8. Dann ist das 6. This is a golden bean. So, you're thinking, well, where is the form? Here it is. This is a goldene Schnitt. And if you ask where the form is, there it is. So, let's see. So, that's very interesting. I think I like all the little models. No, that's okay, not here. So, the process I think that is interesting is what I did. I took it from planes, which is here, and then I went from edges. And points. Okay, so, this would be an edge here. But what I'm looking for is just the points. So, I studied what was considered earth. Earth, water, air, and fire. I put this form through. So, in earth, what you try to do is you try to go from a plane to points. And then when you go to points, you get a new form. There's a new form in there. So, here's the new form larger. I did it again. I went from planes to points. That's what's inside. And I have the, this is what's inside. There's a cube. And here they all are together. And here they all are together. So, there's a cube inside. And then inside that is an octahedron. Then inside the octahedron, there's another cube, an octahedron, all the way. So, I went all the way to the center. And then I found out that the, the geometry saying that a regular heptagon cannot be constructed in the geometrical three tools, which is the compass and a straight edge and a pencil. And then he found a quote, a statement that it would not be possible to draw a pentagram to draw a pentagram. 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 What was the third? Well, it says it's not born like the other shapes through the Vesica- Pisces. The seven has to be born outside. They can't be born in the middle like the rest. So, I studied that. And found out how to do it. And I'll put it up here. Also es gab die Behauptung, dass es nicht möglich wäre, den siebener Form innerhalb von der Visika zu zeichnen, da wo die anderen entstehen, sondern es müsste außerhalb. Und das hat er dann studiert und hat es dann so bezeichnet. Und er meint, er hat dann entdeckt, dass es wohl möglich sei, diese sieben in dem Visika zu zeichnen. Und das Interessante daran ist, dass es nur zwölf Zirkeln braucht, zwölf Kreise. Diese war meine Inspiration, dieser Siegel. Und dann hat er entdeckt, dass wenn ich das hier drehe, dann wandelt sich das in eine Glocke. Und dann hat er dann, wenn ich das hier drehe, dann kann ich das hier drehe, dann kann ich das hier drehe. Und dann kann ich das hier drehe, dann kann ich das hier drehe. Und dann kann ich das hier drehe.